Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal endlich wieder News. Eigentlich hatte ich ein Highlight Video geplant und habe es eben gerade auch fertig geschnitten und alles und hätte es jetzt auch hochladen können. Aber auf einmal kamen Twitter Posts von Fortnite, von Epic Games und das Ganze ist relativ interessant. Wir werden da gleich rüber gehen. Wahrscheinlich werdet ihr auch schon einiges im Titel und im Thumbnail gesehen haben. Wenn es euch gefallen würde, würde ich mich natürlich als erstes über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Und nachher werden wir ja auch noch die Solo Highlight Spielen. Checkt dazu gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr zum Twitch-Kanal. Das Ganze startet um 18 Uhr. Wir werden natürlich schon etwas früher streamen. Und als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal den Tweet an beziehungsweise den Beitrag, den Epic Games gemacht hat. Und wie ihr es schon seht, ein neues Release-Datum für Fortnite Kapitel 2 Season 2 wurde jetzt endgültig angekündigt. Ursprünglich war es ja glaube ich der 7. Februar. Natürlich ganz ursprünglich war es irgendwie der 6. Dezember oder 12. Dezember. Jetzt eben halt auf den 7. Februar verlängert. Und jetzt wurde es eben halt nochmal verlängert. Und wir werden jetzt mal über den Artikel rüber gehen. Also erstmal hey Fortnite Community mit der Veröffentlichung von Update 11.5. Anfang Februar. Anfang Februar, das heißt denke ich mal erste Februarwoche. Wäre so das logischste im Prinzip dann, wenn die nächste Season gekommen wäre. Nächste Woche hätten wir ja nochmal ein Inhalts-Update maximal. Und dann wäre immer die neue Season gestartet. Dort wird jetzt auch ein großes Update kommen. Eben halt im klassischen, alle drei Wochen großes Update-Rhythmus. Da passt das dann auch rein. Und mit dem Update wechselt Fortnite zur Physik-Engine Chaos der Unreal Engine. Die Unreal Engine wurde ja glaube ich von Epic Games erstellt. Und darauf basiert eben halt Fortnite. Und irgendwann letztes Jahr gab es eben halt eine neue Version von der Engine. Und die wird jetzt auch mit dem Update in Fortnite implementiert. Und diese neue Technologie hält eine Menge Potenzial für Fortnite bereit. Aber zuerst einmal wollen wir sicherstellen, dass sich Fortnite auch weiterhin wie Fortnite spielt. Das heißt sie müssen dann natürlich eine Menge rumtesten. rumtesten, weil so eine neue Engine im Prinzip fast genau wie ein neues Spiel ist. Und normalerweise wäre das jetzt ein bezahltes Spiel. Gäbe es dafür sicherlich auch eine neue Version. Was eben halt sonst eben als Spieler immer mit einer neuen Version eines Spiels rausbringen. Müssen die eben halt hier durchgehend immer mit Updates machen. Und das kann natürlich relativ riskant sein, wenn die das nicht hinbekommen. Aber um das im Prinzip etwas aus dem Weg zu gehen, beginnen die eben halt erstmal mit Tests in einer kleinen Gruppe von Spielern. Die Frage ist, ob die Leute dann, also die Spieler, das vor dem Update bekommen. Was ich hoffe, dass sie im Prinzip mit dem Update dann tatsächlich die Funktion ganz im Spiel mit möglichst wenig Bugs und so weiter haben. Und, ähm, wer, äh, wer, was? Achso, genau. Ähm, die haben das nur strange übersetzt. Ähm, die werden euer Feedback im Auge behalten und das System weiterhin verbessern. So eben halt auch wie zum Beispiel DirectX 12, was wahrscheinlich auch mit Season 2, ähm, dann ganz implementiert wird im Spiel. Weil zur Zeit ist es ja immer noch Beta. Und mit dem zusätzlichen Update 11.5 wird Fortnite Kapitel 2 Season 2 voraussichtlich am Donnerstag, den 20. Februar, beginnen. Das heißt, glaube ich, nochmal zwei Wochen später. Doch, muss stimmen. Und Kapitel 2 Season 2 bildet euch unter anderem irgendeine Sache, die in der Länge ist, mit mehreren, irgendetwas, was in der Länge steht. Ich weiß nicht, ob sie es tatsächlich überblendet haben, aber ich glaube schon, wenn wir mal auf den englischen Beitrag gehen, dann sieht das ganz anders aus. Die Länge ist anders. Das heißt, ich denke tatsächlich, dass sie das, ähm, für jedes Land individuell gemacht haben. Und dass da wirklich etwas runtersteht. Das heißt, man könnte natürlich gucken, was da irgendwie drunter stehen könnte. Und die wollen natürlich damit so ein bisschen anteasern, was in der nächsten Season passiert. Aber sie wollen es natürlich verraten. Ähm, was sie auch hier schreiben. Wir können euch natürlich nicht alle Geheimnisse der kommenden Season verraten. Und vor dem Ende Darktrain Season bringen wir euch allerdings neue Bonus-Herausforderungen. Und ein neues zweifelwöchiges Event. Die Bonus-Herausforderungen stehen ja schon im Spiel. Ähm, und zwar hier bei den Herausforderungen, wenn ihr ganz zum Ende scrollen, demnächst in sechs Tagen. Das heißt, nächsten Donnerstag werden die freigeschaltet. Und dann gibt es eben halt nur ein zweifelwöchiges Event. Was auch immer das sein wird. Ähm, ich denke mal nicht, dass das mit chinesischem Neujahr zu tun hat. Wir erwarten ja vielleicht auch noch ein Live-Event. Und dazu wird jetzt nämlich die neue Engine ganz wichtig. Denn dazu gibt es auch ein Video, wie das Ganze aussieht. Ähm, das Video heißt Chaos High Performance Physics and Instruction System Full-Length Demo. Das ist ja eben halt vom 28.03., wo es aber eben halt erst nur eine Demo war. Und das wird eben halt jetzt ganz in Fortnite implementiert. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das Ganze an. Sind natürlich keine Fortnite-Sequenzen. Aber es ist im Prinzip genau das gleiche, wie es dann auch in Fortnite aussehen. Oder wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, das kommt aus irgendeinem anderen Epic Gamespiel, Unreal Tournament oder so. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. Und gleich werden wir dazu ein bisschen was sehen, was die eben halt tatsächlich neu kann. Ich glaube, hier sehen wir noch nicht so wirklich etwas. Aber ich weiß eben halt schon, was im Prinzip sich verändert hat. Und da seht ihr es. Etwas geht nicht nur, ähm, etwas geht nicht nur verloren, wenn es zerstört wird. Wenn man zum Beispiel eine Fortnite-Wand hätte, würde ich es mir so vorstellen, dass die, zur Zeit geht die einfach kaputt, ist dann weg. Und vielleicht würde die danach einfach so in mehrere Steine zerfallen, wie hier zu sehen ist. Ich glaube, das könnte schon ziemlich cool sein. Und sieht eben halt deutlich realistischer aus. Ist natürlich nur eine Demo hier. Aber ich glaube, in Fortnite könnten die das auch wirklich gut umsetzen. Und sieht schon wirklich cool und realistisch aus, wie hier alles so einzeln runterfliegt. Ich glaube, länger müssen wir uns das nicht angucken. Seitens kommen wir jetzt vielleicht noch irgendwas anderes. Aber eigentlich ist es größtenteils nur das gleiche. Nämlich diese Destruction. Und gerade bei dieser Wand sieht das hier mal richtig cool aus. Also ich glaube, die Physics Engine wird schon einiges verändern. Das sieht, by the way, ziemlich ähnlich zum alten Main-Gebäude in Tilted Towers aus. Also, wenn man wirklich auf so einen, mit einer Rock geht, zum Beispiel auf ein Gebäude schießt, das dann einfach so zerspringt in mehrere Teile. Ich glaube, das wäre schon echt cool. Und wenn wir jetzt da zu Fortnite kommen, haben wir ja beispielsweise den großen Damm zur Zeit im Game drin. Da bei Misty Meadows in der Nähe. Und ein Live-Event wartet ja, wie gesagt, auch noch auf uns. Und man könnte natürlich jetzt vielleicht das kombinieren. Man hat eine neue Engine, die zufälligerweise ganz kurz von der neuen Season rauskommt. Da, wo eigentlich immer ein Live-Event ist. Und das wäre eh mal so ziemlich die perfekte Möglichkeit, wo die das benutzen könnten. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, eure Ideen, was vielleicht reinkommen würde. Was zum Beispiel auch unter den gelben Balken stehen würde. Und dann sehen wir uns hoffentlich gleich im Stream. Und sonst im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank.